In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Abschlussprüfung 2013 B1 geredet hätte. Vorsicht, das hier ist ein Nachtermin. Ihr findet wie immer alle Angaben unter diesem Link. Es handelt sich hierbei um eine Exponentialfunktion und bei der Aufgabe 1.1 sollen wir zunächst Definitionsmenge, Wertemenge und die Gleichung der Asymptoten angeben. Wir schauen dazu in die Formelsammlung. Normalerweise schaut eine Exponentialfunktion im Standard so aus. y ist gleich a hoch x. Das heißt, was hat sich hier geändert? Aus dem a wurden 0,5 und aus dem hoch x wurde ein x plus 2 und dann wurde auch noch die 3 dazu addiert. Die Definitionsmenge dieser Standardfunktion wäre r. Damit ist aber auch unsere Definitionsmenge r. Denn wenn dafür immer alles oder für alle x eingesetzt werden darf, alle x eingesetzt werden dürfen, dann darf das natürlich auch in dem Gesamten eingesetzt werden. Nochmal zu Verständnis. x beinhaltet, dass ich alle x-Werte einsetzen darf. Also alle Werte, alle irrationalen Zahlen sind erlaubt für x. Und wenn ich x plus 2 hier in meiner Funktion habe, dann darf ich natürlich hier auch für x alles einsetzen. Da gibt es keine Einschränkungen. Also ist die Definitionsmenge r. Eine Ausnahme wäre es, wenn jetzt zum Beispiel im Exponenten 1 durch x stehen tt. So, dann geht es aber weiter. Wir haben ja nicht nur Definitionsmenge, sondern auch eine Wertemenge. Und bei der Standardwertemenge kommt immer etwas raus, was größer 0 ist. Also irrationale Zahlen und die Pluszahlen bei den irrationalen Zahlen. Das heißt, a hoch x ist immer größer 0. Ist ja auch klar, a hoch 3, a hoch 4, a hoch minus 2, a hoch minus 4. Das sind immer Werte, die positiv sind, höchstens, dass sie mal in Nenner gehen oder kleiner oder größer werden, aber immer positiv. Das heißt, wenn wir uns das hier anschauen, auch diese Werte werden immer positiv sein. Irgendwas hoch x plus 2 wird immer positiv. Und wenn ich zu irgendwas, was größer 0 ist, 3 dazu erzähle, dann werden immer Werte rauskommen, die größer als 3 sind. Also quasi bis dahin war es größer 0. Mit der 3 sind sie jetzt größer 3. Und das ist meine Wertemenge. Alle y können rauskommen mit der Eigenschaft, dass die y größer sind als 3. Wegen dieser 3 hier. Sonst würde y größer 0 dran gestanden. So, und jetzt geht es noch um die Asymptote. Die ist ja normalerweise immer die x-Achse. So steht es ja auch in der Formelsammlung drin. Nur wurde diese Exponentialfunktion ja jetzt um 3 nach oben verschoben. Deswegen ist die Asymptote h gleich 3, y gleich 3. Die sollte h genannt werden, denn so war es gefragt nach der Asymptoten h. Anschließend das Ganze noch einzeichnen und schon hat man 3 Punkte bei der Abschlussprüfung geschenkt. Bei der Aufgabe 1, 2, da haben wir jetzt 2 Punkte. Einmal die Punkte a, die auf dem Graphen liegen, den wir gerade betrachtet haben. Und den Punkt b. Das heißt, wenn wir das jetzt für x gleich minus 3 und minus 0,5 einzeichnen, bleibt mein b natürlich fest und mein a landet bei minus 3, dort wo der Graph ist und bei minus 0,5, dort wo mein Graph ist. So, und jetzt steht hier noch drin, dass es gleichschenklich rechtwinklige 3 geben soll mit ac als Basis. Das heißt, der rechte Winkel muss bei b sein, denn die Basis liegt immer dem rechten Winkel gegenüber. Das heißt, hier entsteht ein rechter Winkel und hier entsteht ein rechter Winkel. Das heißt, ich kann a mit b verbinden, hier und hier und dann daran einen rechten Winkel antragen. Wie komme ich jetzt auf meinen Punkt c? Nun einmal rechter Winkel und gleichzeitig dann auch noch dieselbe Streckenlänge wie a, b muss zu b, c gehen. Denn es soll ja gleichschenklich sein mit der Basis a, c, das heißt a, b und b, c müssen gleich lang sein. Das gleiche hier, ich trage einen 90 Grad Winkel an und nehme dann die Strecke in den Zirkel b, a, 2 und zeichne den Kreis so lange, bis ich eben diesen Schenkel vom 90 Grad Winkel erwische. Dann bin ich bei b, c, 2 und schon habe ich die gleichschenklich rechtwinkligen Dreiecke gezeichnet. Das war jetzt schon bei der Aufgabe abgeschlossen, Aufgabe 3. Da geht es darum, dass man zeigen soll, die Punkte c, n. So, und das ist ein bisschen anspruchsvoller, denn ich habe ja nur die Punkte a und b und ich muss mir jetzt überlegen, wie ich zu den Punkten c komme. Aber da kommen wir relativ leicht drauf. Es muss ja eine Abbildung sein, mit der wir da hinkommen, damit wir das überhaupt berechnen können. Wie komme ich von a nach c? Nun, das ist eigentlich nichts anderes als eine Drehung mit einem bestimmten Winkel. Und zwar mit einem Winkel von minus 90 Grad, denn, und das ist unser Problem, es wird ja nicht links herum gedreht, sonst wären es 270 Grad, sondern ich möchte rechts herum drehen. Also sind es minus 90 Grad. Das heißt, ich muss hier meine Drehungsmatrix verwenden und für phi den Winkel, den Drehwinkel minus 90 Grad verwenden. Also nehmen wir die Matrix, die wir schon kennen. Aufpassen, unser Zentrum z ist in dem Fall der Punkt b, also nicht der Punkt 0,0. Das heißt, wir müssen hier mit Vektorkette arbeiten. Wir setzen für den Alpha minus 90 Grad an. Zentrum z ist in dem Fall der Punkt b. Mein Urpunkt ist der Punkt a. Der wird gedreht auf den Punkt c. Und meine c-Koordinaten sind ja dann hier. Und dann am Schluss, damit das Ganze zur Vektorkette passt, muss ich eben noch addieren, Vektorkette addieren, 0z, also 0zentrum. Und b war das Zentrum o oder 0z oder 0b in dem Fall. So, und jetzt kann ich noch die Werte einsetzen. Das heißt, wenn ich von Cosinus 90 Grad, minus 90 Grad, dann halte ich 0. Das heißt, meine Matrix schaut dann so aus, wenn ich alle Werte eingebe. Dann kommt das Skalarprodukt mit dem Vektor b a, Spitze minus Fuß. Das heißt, a ist x minus minus 2 und die x-Koordinate ist 0,5x hoch x plus 2 plus 3 minus 1. Also hier wird der Vektor b a aufgestellt. Und ob oder 0b ist ja nichts anderes als die Punktkoordinaten von b, da ja minus 0, minus 0 gerechnet wird. So, jetzt nehme ich zuerst das Skalarprodukt. x' ist also einmal 0 mal das obere, das fällt weg, plus einmal das untere. Also bleibt das hier stehen. Und am Schluss noch minus 2 verrechnet. Das heißt, die erste Zeile, der erste Faktor ist hier weggefallen. Dann das zweite wurde hier multipliziert. Einmal das hier aus 3 minus 1 wird 2. Und anschließend wird noch 2 dazu addiert. Die zweite Zeile, minus 1 mal das obere, das habe ich hier hingeschrieben, plus die 1, die in der unteren Zeile noch übrig bleibt. Und wenn ich das zusammenfasse, bleibt nur noch diese Potenz hier stehen. Und hier minus x minus 1. Das heißt, das sind meine Koordinaten von cn. So steht es ja auch in der Lösung drin. Aber davon sollen wir jetzt auch gleich noch den Trägergrafen bestimmen. Also, xcn oder x' ist dieser Wert. Ja, das ist die erste Zeile. Mein y' ist die zweite Zeile. Also minus x minus 1. Das heißt, ich muss zuerst das nach x auflösen. Und das geht natürlich nur über den Logarithmus. Das wäre dann quasi der Logarithmus von x' zu 0,5. Und der ergibt x plus 2. Denn ich muss ja dieses x aus dem Exponenten rauskriegen und das geht eben nur mit dieser Umrechnung. Jetzt noch minus 2 auf beiden Seiten und dann kann ich nach x auflösen. Dieses x wiederum setze ich jetzt in diese Zeile an. Da steht ja dran, y' also y-Koordinate von c ist minus x minus 1. Und dieses x habe ich jetzt ja gerade berechnet. Also setze ich das hier noch ein. Minus 1 mal und jetzt eben hier rein dieser Logarithmus, den ich gerade berechnet habe. Das minus 1 von hier noch mit dran und jetzt auflösen. Und damit habe ich dann die Funktionsgleichung y' ist gleich minus Logarithmus von x' zu Basis 0,5 plus 1. Hier hätte ich jetzt natürlich auch die Strichs weglassen können. Denn ich soll ja nur den Trägergrafen t der Punkte c berechnen. Wenn man den Mittelteil, wo gerade meine Maus ist, weglässt, dann habe ich exakt die Funktionsgleichung. Die ist jetzt bloß momentan bei mir nicht mehr hingegangen. Bei der Aufgabe 1.4, da soll man jetzt rausfinden, wie der Punkt c3 heißt, der auf der x-Achse liegt. Und dann den Flächeninhalt des Dreiecks berechnen. Nun, der Punkt c3, der auf der x-Achse liegt, das heißt, mein yc ist 0. Denn wenn es auf der x-Achse liegt, dann muss der y-Wert von c ja gleich 0 sein. Mein y-Wert von c, den habe ich ja gerade berechnet, minus x minus 1. Wann ist der 0? Wenn x gleich minus 1 ist. Ja, also wenn ich quasi das x hier rüber bringe, steht dran x gleich minus 1. Gut, jetzt haben wir x gleich minus 1 und wir sollen dafür den Flächeninhalt berechnen. Der Flächeninhalt ist ja immer 0,5 mal die Strecke AB ins Quadrat. Warum? Weil wir ein gleichschenklig-rechtwinkliges Dreieck haben. 0,5 mal Grundseite mal Höhe. Grundseite und Höhe sind hier quasi zwei Seiten, weil die eine Höhe durch den rechten Winkel zur anderen Grundseite passt. Und dadurch, dass die Strecke AB genauso lang ist wie die Strecke BC, reicht es eben aus, wenn ich für die Grundseite AB nenne und die Höhe auch AB nenne. Denn es ist ja beides mal das Gleiche. Also habe ich für den Flächeninhalt 0,5 mal die Strecke AB und nochmal die Strecke AB. Jetzt, was brauche ich dazu? Ich habe den Punkt A3, da kann ich ja jetzt den x-Wert einsetzen und ich habe den Punkt B. Und jetzt muss ich nur die Länge dieser Strecke berechnen. Also hier war eben kein abhängiger Punkt gefragt, sondern ein fester Punkt und den habe ich mir vorher berechnet. Setze diesen Wert für x dann hier oben ein und kann dann mit diesen Punkten A3B die Länge der Strecke aufstellen. Denn das hat ja was mit Vektoren zu tun. Ich nehme den Vektor von beiden und nehme das dann ins Quadrat. Also die x-Koordinate vom Vektor im Quadrat und die y-Koordinate vom Vektor im Quadrat. Das schaut euch bitte in der Formelsammlung nochmal genau an. Das hat was mit Pythagoras zu tun. Dadurch erhalte ich für die Streckenlänge AB Wurzel aus 7,25 Längeneinheiten. Gut, ich hätte es jetzt auch berechnen können, aber ich habe es schon vorausgedacht. Ich habe nicht gerundet, denn das AB wird ja jetzt quadriert, wenn ich den Flächeninhalt berechnen soll. A3 ist also das Quadrat aus dieser Strecke. Das heißt, ich habe hier den Originalwert stehen lassen, weil es in Wurzel steht, weil er sich hier wieder rauskürzt. Also die Wurzel quasi rausnimmt, wenn ich das Ganze quadriere. Und da muss ich jetzt noch Flächeninhalten dazu schreiben. Dann komme ich auf 3,63 Flächeninhalten für meinen Flächeninhalt an der Stelle x gleich minus 1. Aufgabe 1,5. Da waren es jetzt eben diese drei Diagramme und man sollte begründen, welches Diagramm jetzt dazu passt. Nun, wir müssen uns mal überlegen, was passiert. Wenn ich mein A weiter hinaufschicke, dann wird auch der Flächeninhalt größer, ja. Weil dann die Strecke AB größer wird und damit wird auch die Strecke BC immer größer, weil die ja gleich groß sein müssen. Dadurch wird der Flächeninhalt immer größer. Das heißt, je näher ich hier rankomme, desto kleiner wird der Flächeninhalt. Aber an der Stelle ungefähr ist er ja am kleinsten und dann wird er wieder größer, weil die Streckenlänge AB wieder länger wird. Das heißt, hier oben, nach oben wird sie länger und in die Richtung wird sie länger. Das heißt, es muss sowas sein wie eine Parabel und das kommt natürlich nur das hier in Frage. Denn hier ist der Flächeninhalt groß, dann wird er irgendwann kleiner und irgendwann wird er wieder größer. Das macht natürlich keinen Sinn, dass der Flächeninhalt von 0 kommt und ins Unendliche groß wird. Und hier, so eine Brücke haben wir auch nicht, dass er so klein wird, dass er dann sogar 0 wird. 0 kann der ja hier nie werden, weil die Strecke AB nie 0 werden kann. Also Diagramm C, weil der Flächeninhalt abhängig von der Strecke AB ist und der wird immer kleiner und ab x gleich minus 2 wird er dann wieder größer. Gut, bei der Aufgabe 1.6, da war jetzt noch die Frage, die Mittelpunkte zu berechnen. Gut, also y gleich x, die soll nämlich auf der Winkelhalbierenden liegen und die Winkelhalbierende ist in dem Fall y gleich x. Die Geradengleichung können wir ja recht leicht aufstellen. Winkelhalbierende hier heißt 1 nach rechts, 1 nach oben, Steigung also 1 und Achsenabschnitt 0. Also können wir die Winkelhalbierende so darstellen. So, jetzt haben wir den Punkt AN und wir haben den Punkt CN, haben wir ja berechnet. Und wenn wir jetzt in der Formelsammlung nachschauen, können wir aus diesen beiden Punkten ja dann den Mittelpunkt berechnen. Und dann, wenn das Ganze auf der Winkelhalbierenden liegen soll, sollten beide x und y identisch sein. Also der x-Wert vom Mittelpunkt und der y-Wert vom Mittelpunkt sollte identisch sein. Das sagt ja gerade Winkelhalbierende, ja, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, überall ist x und y-Wert gleich. Das heißt, wir stellen einmal den Mittelpunkt in Abhängigkeit von x auf und setzen beide Koordinaten gleich. Und jetzt ist es einfach nur nach links und nach rechts bringen. Hier steht beides mal 0,5 mal 0,5 hoch x plus 2, das heißt der Teil fällt raus. Dann bleibt hier noch stehen 0,5 x und hier minus 0,5 x, das heißt das bringe ich rüber zu 1 x. Dann steht dran 1 x ist gleich 1 und das bedeutet x ist gleich 1. Und damit sind wir auch schon fertig.